Herrliche meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Oh, der Bereich hier scheint aufgeräumt zu sein. Keine Geister mehr, die uns mit Bomben bewerfen. Und keine Fledermäuse oder normale Mäuse. Perfekt. Da wir im letzten Part den nächsten Endboss besiegt haben, der schon nicht von schlechten Eltern war, waren vor allem, war, haben wir einen grünen Schlüssel erhalten und ich glaube, der wird hier hinführen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ja. Tatsächlich bewegt sich hier was. Ich meine, wir hatten damals ja den pinken Schlüssel und der hat hier auch einen Bereich freigeschaltet und der grüne Schlüssel schaltet diesen Bereich frei. Mal schauen, wo es hingeht. Ich bin gespannt. Der Schlüssel ist sogar noch grün in der Zwischensequenz. Daran haben die Macher wenigstens gedacht. Okay. Keine Angst, Luigi. Wir sind da. Ach, sind wir jetzt draußen? Oh, cool. Da wir im letzten Part ja sowieso auf einem Friedhof waren, passt das hier. Wow, was bist du denn? Darauf schreiben wir erstmal Mario. Können wir die einsaugen? Nee, wir lassen die einfach mal fliegen. Die haben uns ja nichts getan. Können wir hier wieder einen Wassergeist raussaugen? Tatsächlich. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja uns Wasser mit besorgen. Wo geht's lang, wenn ich nach... Oh nein, sagt los, wir müssen hier... Oh Gott, wir müssen hier runter. Aber wo führt das Ganze in die Kanalisation? Boden des Brunnens. Nee, wir sind in dem Brunnen, nicht in der Kanalisation. Eine Kanalisation wäre um einiges gruseliger gewesen. Wo sind wir hier? Mario! Wow! Ich will hier raus! Ja, Mario, wir freuen dich! Ausrufezeichen! Okay, wie kommen wir jetzt... Wow! Okay, wie kommen wir jetzt da am besten hin? Das König Buu! Verborgener Altarraum. Ah, wie kommen wir jetzt dort am besten... Kannst du mal bitte weggehen? Dankeschön! Wenigstens... Oh, ein Schlüssel, cool! Mal schauen, wo der hinführen wird. Ich bin gespannt. Der führt... Ist das... Ah, nee, Moment mal, wo ist das? Ah, ich... Nein, was, wo? Ach, ich glaube, das ist hier für draußen. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich bin doch zu 90% sicher, dass wir den Schlüssel hier draußen verwenden können. Und zwar müssen wir jetzt einfach nur weiter nach rechts laufen. Ich glaube, das sollten wir ohne Probleme hinbekommen. Geist, 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 geh weg. EG, was heißt EG? Keine Ahnung. So, hier dürft's eigentlich lang gehen, oder? Tatsächlich! Ah, wieder ein Spiegel. Ich muss sagen, dass die Spiegel hier meistens uns irgendwas... Wow! Wir haben einen kollegianischen Geist gefunden. Also jetzt Kollegageist, ne? Wow! Okay, wie können wir ihn fangen? Wenn er am Pumpen ist? Nein, da zeigt er nicht sein Herz. Bestimmt, wenn er kurz eine Verpa... Äh, Verschnauspause macht. Nein, dann auch nicht. Okay. Vielleicht, wenn wir die... Ah, wir können uns doch selber treffen. Wir sollten aufpassen. Eventuell können wir ja mit den Boxsäcken ihn treffen. Kann das sein? Ja! Tatsächlich. Das geht, das geht, das geht. Moment, oh, jetzt nochmal, jetzt nochmal. Äh! Ist er jetzt wütend auf uns? Er ist wütend auf uns. Er ist wütend auf uns. Er ist sogar verdammt wütend auf uns. Komm zu mir, komm zu mir. Und nochmal. Nochmal. Ich hab gesagt, boxe ihn nochmal, Luigi. Das kann nicht so schwer sein. Ich will mich nicht von einem kollegianischen Geist schlagen lassen. Das geht böse ins Auge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann, er hat uns getroffen. Jetzt kann er gleich, glaube ich, wieder zufrieden trainieren. Ah, wir können ihn besiegen. Weiter mit dem Kick. Ja, tatsächlich. Wir müssen ihn weiterhin boxen. Dann dürfte das Ganze, glaube ich, klappen. Aber irgendwann muss er uns ja theoretisch gesehen sein Herz zeigen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich will auch nicht wieder hier sterben. Sterben tun wir hier eindeutig zu oft in Luigi's. Mensch. Lass ihn nicht von ihm schlagen, Luigi. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ich stelle mich an den Boxsack. Und was ist? Nichts. Bitte, Luigi. Ich kriege gleich wieder einen Raster. Kriege ich eindeutig zu... Wow, ey. Der ist ja ganz schön schnell. Der ist verdammt... Achso, noch einmal. Noch einmal. Und dann klappt das, ne? Dann klappt das. Wenn wir ihn noch einmal boxen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stell dich hier ran und los. Okay. Ich glaube, das dürfte gereicht haben, oder? Nein. Saugen. Schön. Cool. Okay, mal schauen, wie wir bei P kommen. Aber ich denke mal, diesmal dürfte das Ganze leichter gehen. Auf jeden Fall haben wir schon mehr Skill hier bekommen. Ich gewöhne mich so langsam aber sicher an die Dastatur hier. Natürlich, mit einem GameCube-Controller wäre das Ganze ja einfacher, aber... Wir wollen natürlich hier einen Hardcore-Modus machen, oder? Er trainiert schon wieder? Oh Mann, dann können wir ihn schon wieder boxen. Yay. Ist er wieder wütend? Er trainiert hier einfach weiter. Das juckt ihn gar nicht. Ja, das ist ein echter... Echt harter Dude. Okay, wir können ihn wiederholen. Anleuchten und saugen. Saugen können wir am besten mit unserem Staubsauger. Komm zu mir, kollegianischer Geist. Wir wollen nicht in unserem Staubsauger haben. IG will unsere Hilfe haben. So, cool. Damit haben wir auch... Ach, nicht schon wieder. Damit haben wir auch den Geist eingesammelt. Am besten sammeln wir uns mal die Perlen so ein. Und, mir wurde in die Kommentare geschrieben... Thomas, schüttel an allem. Hier ist, glaube ich, ein Buhu. Ja, Buhus sollten wir auf jeden Fall weiterhin versuchen zu fangen. Irgendwo hier muss er doch sein, oder? Hier? Ja, hier ist er auf jeden Fall. Und wie heißt du? Buhu. Ah, Bugis kann. Geil. Ein Buhu. Wow, wirklich. Das haben wir nicht so noch nicht gut angestellt, oder? Hier eventuell einer? Nee, aber hier im Schrank. Aber ich glaube, das ist nur ein Fake. Ja, ich wusste es. Die Kollegas, sage ich schon. Warum sage ich jetzt die ganze Zeit Kollegas? Die Buhus wollen uns holen. Oh, Geld. Cool. Und Diamant. Wozu ist der da? Ach, wahrscheinlich auch nur viel Money, oder? Ja, ich glaube schon. Immer alles einsammeln hier. Immer alles einsammeln. Dann werden wir steinreich. Und der Rang des Spiels verbessert sich. Und immer an allen Rütteln, wurde mir in die Kommentare geschrieben. Wir brauchen sehr viele Münzen, um den Rang des Spiels am Ende zu verwässern. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja an allem rütteln, ne? Wir gehen hier mal durch. Wo sind wir hier gelandet? Ah, cool. Am besten gehen wir mal nach oben. Ich denke mal, irgendwas Großartiges wird uns oben erwarten. Aber ich glaube, wir sollten mal mehr Wert darauf legen, bald die Buhus zu fangen. Wäre, glaube ich, sinnvoll, oder? Ah, Fake-Tür. Was? Keine Fake-Tür? So, jetzt können wir durch. Ah, wir mussten erstmal warten. Bis die Tür ein bisschen kühler geworden ist. Okay. Was für Geister erwarten uns hier? Ach man, nur weil ich mich erschreckt habe. Also jetzt Luigi und nicht ich in echt, ne? Da gibt's auch einen Unterschied. Komm, gib mir ein Herz, gib mir ein Herz. Ah, wir haben die Folge mit 30 Leben gestartet. Aber dennoch sehen wir nicht gut aus. Aber in Real Life sehen wir natürlich immer gut aus, ne? Geist, die megeist, geist, come to me. Come to me, geist, die megeist, geist. Komm. Schön, cool. Herzen, 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 Herzen. Ich will die Herzen einsammeln. Sammle die Herzen ein. Hier war noch irgendwo ein Herz. Da, 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 da. Ach man. Aber hier war ein... Uh. Ah, ist wieder nur ein Fake. What? Wir können an der Decke herumlaufen? Warum... Warum können wir an der Decke herumlaufen? Hat das einen tieferen Sinn oder... Keine Ahnung. Ach so, damit wir hier auf den Tisch kommen. Cool. Was ist das denn? Sammel, sammel ein, sammel ein. Was genau soll das sein? Es hat sich gerade gereimt. Okay. Ja, Luigi, was hast du denn da gefunden? Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Och, ach, das ist eine Eiselementarmünze. Nun kannst du Eisbändigen einsetzen. Eisgeister findet man uns ausschließlich an eisigen Plätzen. Am besten du suchst in Kühlschränken und ähnlichen kalten Orten. Meine Forschungen haben ergeben, dass ich sie es zeigen, sobald man sich ihnen nähert. Und drücke dann die L-Taste um. Eiskristalle, nachdem du ausgestoßen, nachdem du diese Geister ausgesaugt hast. Wenn du die L-Taste vollständig drückst, feuerst du einen großen Batzen Eis ab. Jeppa. Wenn Wasser ausreichend gekühlt wird, greifiert es nicht. Deshalb kann Eis äußert wirkungsvoll gegen Wasser eingesetzt werden. Gegen Wassergeister beispielsweise. Okay, im Bad. Ja, wir gehen mal am besten ins Bad, habe ich hier gerade gelesen. Aber bevor wir da hingehen, werden wir einfach mal zu dem Buhu gehen, der hier irgendwo sein sollte. Sammle Eis ein. Der Buhu muss ja irgendwo hier... Ne, hier wird es weniger. Hier wird es... Hä, es wird irgendwie nur noch weniger, oder? Wird es hier mehr? Wo kann der Buhu hier im Raum sein? Irgendwo ist er hier im Raum. Aber wo? Das ist die große Frage, die ich mir gerade stelle. Ah, hier im Schrank. Hier im Schrank. Äh, Winnie, Winnie, Buhu. Ey, Nintendo hat sich so viele geile Flachwitzen mit reingebracht, ne? Beziehungsweise Wortspiele. Komm, Buhu, diesmal will ich dich fangen. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Schön, cool. Ja, wir müssen echt die Konzentration auf die Buhu. Fußlegen, denn 37 fehlen noch und wir haben erst 13 nach wie vielen Parts? Neun Stück ungefähr? Ei, ei, ei. Wir müssen uns mal ranhalten. Aber ich denke mal, wir sollten das denn noch hinbekommen. Nein, du sollst saugen und nicht Mario rufen. Okay, jetzt können wir Eisbending so gesehen. Aber wo müssen wir Eis benutzen? An kühlen Orten wurde uns gesagt. Da können wir tatsächlich durch, okay? Wo kommen wir hier wohl hin? Wir sind gerade, glaube ich, im Obergeschoss. Immer saugen, immer saugen, immer saugen. Keine Mäuse werden uns Leben abziehen. Mäuse sind böse. Okay. Ich glaube, hier ist ein Geist drin, oder? Ja, ich wusste es. Der hat ja einen Feuergeist in sich. Ach, nee, Moment, Moment, Moment. Ach, den können wir, glaube ich, nur mit Eis besiegen. Den können wir nur mit Eis? Was ist denn Eis? Nein, nein, tschüss, tschüss, tschüss. Ich glaube, den können wir nur mit Wasser besiegen. Ich habe den gerade beschossen, aber es hat nichts gebracht. Oh, hier ist gerade wohl jemand am Baden. Ah, okay. Oh, oh Gott, das bist du hässlich. Geh bitte. Ups, falscher Knopf. Ah, hüah. Hey, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht bespannen. Das war nicht mit Absicht. Ach so, wir müssen bestimmt das, ach so, wir müssen das Wasser kalt machen, okay. Und jetzt saugen wir die mal am besten ein. Ich meine, sie darf hier nicht einfach so baden. Sie muss uns den Weg zu Mario weisen, auch nur, wenn die Bohus es wissen. Aber dennoch, sie weiß bestimmt irgendwas. Sie ist bestimmt mit den Bohus unter einer Decke. Die machen bestimmt gemeinsames Spiel, oder? 100 Pro machen die das. Komm schon, komm mit meinem Staubsauger, komm mit meinem Staubsauger. Ah, wir kriegen sie First Strike, cool. Ah, ich hätte jetzt noch lieben gerne das Herz bekommen, aber egal. Ich werde demnächst einfach mal wieder zu Louis' Raum gehen, also wo das Riesenbaby ist. Und da gibt es auch noch einen Riesenstern, Riesenstern vor allem. Riesenherz und dann klappt das Ganze schon. Bitte, Perle, komm zu mir. Komm zu mir. Ah, die Perle klemmt da ja, ist voll gemein. Perle, komm zu mir. Ach, egal. Wir machen mal direkt das Ding hier auf, um meinen Schlüssel zu nullen. Zu nullen vor allem. Nächster Schlüssel, nice. Mal schauen, wo der Schlüssel hinführt. Er führt dorthin. Hä, wo genau jetzt? Ach, im Erdgeschoss. Wir befinden uns gerade im Obergeschoss. Und da ist das Erdgeschoss. Wir müssen zum Erdgeschoss, cool. Na dann werden wir direkt mal zum Erdgeschoss gehen. Auf dem Weg dann können wir ja mal... Was bist du denn? Wir saugen die mal ein. Das war eine dumme Idee, jetzt hier einzusaugen. Nie wieder. Nie wieder explosive Geister einsaugen, weil das Ganze hier sonst problematisch wird. Okay, am besten wir gehen mal wieder zu Baby Louis oder eher gesagt zu seinem Raum. Baby Louis haben wir eingesaugt. Ja, da oben sind auch schon wieder Fledermäuse. Warum sind überall Fledermäuse? Die sollen mal weggehen. Die sind extrem nervig. Ach, hier waren die kollegianischen Geister. Beziehungsweise ein kollegianischer Geist. Mehrere kollegianische Geister waren ja nicht. Eine Gartenhütte, können wir da rein? Ach bitte, ey. Oh nein, nur noch ein Leben. Äh, Toad? Du hast ihn gesehen, nicht wahr? Was haben sie Mario nur angetan? Also, ihn so sehen musste, gingen mir die Nerven durch. Ich bin durch die ganze Villa gerannt, um mein Versteck zu finden. Während ich gerannt bin, ist mir aufgefallen, dass Mario einige seiner Dinge verloren hat. Es handelt sich um meine Mütze, einen Handschuh, einen Schuh und einen Brief und einen Stern. Ich habe insgesamt fünf Gegensende gesehen. Wenn ich mich noch nur erinnern könnte, wo sie hier rumliegen, dann würde ich sie hierher bringen. Tja, ich hätte sie doch nur gleich mitnehmen sollen. Überlass das mir. Das sind anscheinend die Dinge, die wir nachher zu der Wahrsagerin bringen sollen, oder? Ja, ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Na dann werden wir direkt mal speichern. Spielstand wurde gespeichert. Und wir müssen jetzt überleben. Wir haben nur noch ein Leben. Nur noch ein Leben. Nur noch ein Leben. Ich will auf gar keinen Fall sterben. Auf gar keinen Fall. Und dann müssen wir ja wieder an dem Ort weitermachen, wo wir gespeichert hatten. Ich glaube, das war beim kollegianischen Geist. Okay, hier unten ist schon mal kein Geist. Deswegen werde ich erstmal zu Toad gehen. Speichern. Und dann am besten zu Luis' Raum, um uns dort ein riesiges Herz zu holen. Hi Toad. Erstmal speichern. Das wird nötig sein. Ja, ein riesiger Büro ist vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, wie oft du mir das noch sagen willst, aber ich bin nicht so vergesslich, wie du vielleicht denken magst. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So. Luis' Raum wird gleich wiederkommen. Hier drin. Wir werden uns einfach mal direkt das Riesenherz holen. Haben wieder 50 Leben. Riesenherz. Dankeschön. Und direkt geht's weiter, um den Raum zu öffnen. Mal schauen, was uns dort im Raum erwarten wird. Ich denke mal, eventuell Anhaltspunkte zu Mario. Wer weiß, wer weiß. Who knows. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie wir zu Mario kommen. Müssen wir alle Gegenstände finden? Und dann müssen wir die 50 Buhus finden, um zu König Buhu zu kommen und dann Mario zu befreien. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Spiel macht mir wirklich immer noch megamäßig viel Spaß. Denn ich bin sowieso so ein Fan von Mysterien, mystische Spiele so gesehen. Und Luigi's Mansion ist ja sowas... Ja. You know what I mean. Okay. Rein geht's in die gute Stube. Oh, ein Billardgeist. Will er mich gerade treffen? Kannst du mal weggehen? Verfolgt er mich gerade? Vielleicht die Kugeln einsorgen? Achso. Achso. Ah, ich hab ne Idee. Wir müssen ihn bestimmt treffen. Achso. Okay, okay, okay. Wir müssen ihn 100 pro treffen. Aber ich weiß nicht, wie man sich hier am besten drehen kann. Ne, Moment. Ich komm mir mal entgegen. Ach nein. Das wollte ich noch nicht. Los, komm schon. Gib mir wieder ne Kugel. Ich hab gesagt... Höh! Will er mich jetzt treffen? Nein. Bitte hol die Kugel, Luigi. Und was... Ach, come on. Wir müssen ihn 100 pro mit so einer Billardkugel treffen. 100 pro. Ah, die haben gerade Vollspeed, diese Kugeln. Los, hol die, hol die, hol die. Gunn dir, gunn dir, gunn dir. Vorsichtig. Und Schuss. Tatsächlich, man muss ihn treffen. Aber die Frage ist, wie oft... Was macht er jetzt? Oder müssen wir irgendwas anderes machen? Hier ist nichts drin. Hier sind Münzen drinne. Äh, kleine Münzen wollen wir ja nicht. Wobei man die natürlich immer wieder mitnehmen könnte. Bitte hol dir so ne Kugel, Luigi. Hol dir ne Kugel. Dankeschön. Jetzt beschieß ihn. Nein, ich vollidiot. Oh man, jetzt hab ich mich so sehr konzentriert, ihn zu treffen. Dass ich nicht gesaugt habe. Na toll. Egal. Dafür ist der Kanal bekannt. Hashtag Fehler get on ist wieder confirmed. Oh ja. Ähm, wo geht er hin? Irgendwo hier. Okay, wir müssen wieder die Kugeln sammeln. Auch wenn mein Skill hier im Spiel nicht besonders hoch ist, kriegen wir das trotzdem hin, oder? Bestimmt. Hol dir die Kugel, hol dir die Kugel, hol dir, hol dir die Kugel. Da, 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 Liederne, Liederne, Liederne. Okay. Bis jetzt hab ich vielleicht einmal in meinem Leben Billiard gespielt. Und ich muss sagen, es hat eigentlich viel Spaß gemacht. Jetzt sieh, schön. Okay. Immer wieder ne Konzentrationssache hier im Spiel, wie man die Geister fangen kann. Ah, da. Der war ganz schön schnell unterwegs. Aber trotzdem werden wir es hinbekommen. Oh, warum muss er sich denn immer wieder drehen für so einen Zug? Ich drehe mich auch nicht einmal um die Runde. Aber vielleicht ist das ja so gesehen ein Ritual. Es gibt ja viele, die Rituale vor verschiedenen Dingen haben. Und vielleicht bringt ihn das Glück. Who knows? Ich hatte gerade sogar zwei Kugeln im Endeffekt. Okay, Luigi, Schuss! Wieso hab ich ihn nicht getroffen? Vorsichtig, Luigi. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und ziehen. Schön. Ah, der ist auf jeden Fall schwieriger zu fangen. Ich weiß nicht warum, aber er ist viel schneller als die anderen Geister. Ach man, das wird eine lange Geburt. Eventuell krieg ich ihn jetzt? Nein, ich hab ihn leider nicht bekommen. Wegen dieser blöden... Wegen dieser blöden kleine Pilz. Ich schür. Wegen diesem blöden kleinen Pilz. Aber das sollten wir dennoch... Ach, wenn man klein ist, kann man doch nicht mal was einsaugen. Wie blöd ist das denn? Keine Ahnung. Okay, sammeln am besten mal wieder diese Perlen ein. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir machen können. Und zieh direkt so eine Kugel rein. Zieh eine Kugel rein. Zieh eine Kugel rein. Komm, zieh, 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 zieh. Wir brauchen eine Kugel. Schön, 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 schön. Und jetzt Schuss! Und jetzt bekommen wir ihn. Jetzt bekommen wir ihn. Komm nur, was wolle. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir kriegen ihn, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Schön! Das war auf jeden Fall eine schwierige Geburt. Aber dennoch haben wir das einigermaßen gut angestellt, nicht wahr? Wir suchen mal direkt den Buhu, der hier drin ist. In jedem Raum ist ein Buhu, oder? Wie heißt du? Heulbuhu, komm. Komm, schnief in der Heulbuhu. Ich will dich bekommen. Damit ich ihn stolz machen kann. Yeah, nice. Damit wurde denn der nächste Buhu erfolgreich eingesammelt. Ja, ich bin wie ein Leopard auf der Jagd. Das stimmt, Igitt. Speichern, okay. Und weiter geht's hier zum nächsten Schlüssel. Mach die Truhe auf. Nee, Geld gibt's hier, okay. Geld nehme ich natürlich immer wieder gerne an. Der nächste Juwel. Bring die Juwelen eigentlich viel? Gerne unten in die Kommentare rein. Ich kenne mich ja nicht so mit dem Spiel aus. Und viele von euch kennen sich wirklich bombastisch mit diesem Spiel aus. Deswegen frage ich immer wieder mal gerne nach. Okay, wir gehen am besten mal hier rein und schauen, was uns hier erwartet. Hallo? Ein Filmraum, okay. Nee, das ist cool. Die Herzen nehme ich immer wieder gerne an. Bestimmt müssen wir die Filmmaschine hier anschmeißen, oder? Nein? Das ist komisch. Ah, okay. Doch, wir mussten die anschmeißen, die Maschine. Mal schauen, was für ein Film läuft. Luigi's Mansion 2 ist hier bestimmt irgendein Trailer. Wow. Ein unsichtbarer Geist. Ein unsichtbarer Geist. Was soll ich machen? Achso, genau. Mario. Ja, am besten immer wieder drehen. Wir müssen, glaube ich, den Game Boy Horror nehmen. Wir müssen den Game Boy Horror nehmen, oder? Der Game Boy Horror ist eine gute Option. Nee, nee, nee. Ich habe wenigstens gesehen, wo er sich hinspawnen lässt. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, wie der sich dreht. Ist ja unglaublich. Die Geister drehen sich immer mehr und mehr. Ah, hier hat er sich hinspawnen lassen. Schön. Hey. Ah, neben... Ja, komm schon. Das ist Cheating. Schiri. Der hat sich nebenhin gespawnt. Ah, hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Wo ist er jetzt? Jetzt habe ich nicht gesehen, wo er sich... Oh, riech, riech. Ach, krieg ich doch nicht. Oh, Mann. Komm schon, Thomas. Konzentration. Wir hatten schwierigere Aufgaben. Hier. Oh, Gott. Zieh schneller. Wo? Ach. Ach, ey, das ist doch so... Kacke. Geh weg, Mann. Ich will nicht kuscheln momentan. Ich bin nicht in Kuschellaune. Ich will euch nur fangen. Geister. Blödie Arne. Ah, ey, das... Ah, jetzt nutzen wir gleich den Game Boy Horror. Ist mir egal. Aber so können wir ja nicht fangen, oder? Ne. So können wir ihn nicht fangen. Das ist kacke. Ah, Mann. Konzentration. Yes, schön. Jetzt hol ihn, jetzt hol ihn. Ah, nice. Hol ihn her. Hol ihn her. Schön. Ah, wenigstens habe ich den First Strike. Kriegen wir den First Strike? Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir? Yes, nice. Das war es immer noch nicht. Wo ist der Nächste? Ja, komm schon. Den müssen wir auch First Strike... Ey, ach, ja genau. Was soll ich denn da machen, Schiri? Komm schon, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Hol dir das Herz, hol dir das Herz. Oh, die sind richtig asozial, diese unsichtbaren Geister. Normalerweise sind Geister immer unsichtbar, aber nicht hier im Spiel. Wo ist er, 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 wo ist er? Da, da, da ist er ja, da ist er ja. Ich fühle mich gerade wie so eine Mutter, die ihre Kinder sucht. Wir müssen hören, wo ist er, hinter uns, hinter uns. Schön, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Das dürfte eigentlich klappen, das dürfte klappen, das dürfte klappen, das dürfte klappen, das dürfte klappen. Haben wir es geschafft? Wir haben es immer noch nicht geschafft. Oh nein, wie viele Geister sind denn hier? Hört das überhaupt mal auf? Ich habe das Gefühl, nein. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es tut mir leid, wenn ich an manchen Passagen ein bisschen weniger reden sollte, aber ich muss hinhören, wo die kommen und ob die auch überhaupt kommen. Kommt hier einer? Krieg ihn, krieg ihn, krieg ihn. Los, Luigi, bitte, tu mir den Gefallen und du kriegst ihn jetzt, du kriegst ihn jetzt, du kriegst ihn jetzt. Das war es immer noch nicht? Ey, wie viele kommen denn hier noch oder hört es überhaupt auf? Komm schon. Komm schon, komm schon, das muss jetzt der Letzte sein, oder? Oder wie viele Geister kommen hier denn noch? Dankeschön, kann ja nicht so schwer sein. Boah, das war eine schwierige Geburt, ne? So, wir holen uns erstmal den Buhu. Der müsste hier drin sein? Uh, wie heißt du diesmal? Ah, nee, nur ein Fake. Er ist nicht der Echte, wie ApoRed. Ähm, hier eventuell? Nein. In der Maschine? Nein, hier? Hä, wo ist denn der? In der Truhe? Auf gar keinen Fall. Ein Handschuh von Mario! Cool. Der ist ganz verschwitzt. Der sollte mal gewaschen werden und nicht die Mütze. Hast du immer noch hier drin, okay? Du heißt Schambu. Okay, Schambu, komm zu mir. Ich will dich fangen. Ich will Igitt stolz machen. Ey, ich bin manchmal echt zu inkompetent, um Buhu zu fangen, ne? Na dann, liebe Dudes, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Luigi's Mansion. Und ich sehe euch im nächsten Part. Mal schauen, was die Hellserie dazu sagen wird. Bye, bye.